Und damit herzlich willkommen zu Böse Reagentia Part 3. Wir machen einen Boxkampf in Redwood. Sascha weiß nicht, was Evoque ist. Doch, die Evoques sind die Bewohner. Danke. Ja, du hast erfasst. Und der Planet, wo die Evoques wohnen, heißen Rashik. Rashik hieß er mit drei Y, deswegen weiß ich's noch. Rashik! Ey, mit drei Y? Ja. Warum nicht mit drei Y? Der könnte dann die Map so nennen. Naja, doch, doch, dann könntest du, dann könntest du, ohne Spaß, dann könntest du die, die, ich mein, die Folge Rashik nennen, statt den drei Ys zum Beispiel die drei von Black Ops 3. Ich hab dich gesehen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Gar nicht, ich hab' auf zu lügen, Mann. Ich such dich grad die ganze Zeit. Schau, dass du mich gesucht hast, ich war die ganze Zeit hinter dir. Ich lauf' da noch Kaffeln, keine Ahnung, 10 Sekunden, 10, 20 Sekunden hier vollkommen hinterher. Ich sag's auch, ich seh' dich. Ich hab' schon überlegt, ob ich jetzt sage, ich bin hinter dir. Oh Mann, ey. Ist das feinig. Loi. Statt, ey. Minecraft, ja, Mann. Ne, das ist, äh, 7 Days to Die. Ja, Mann. Loi, ich hab' nur ein Bein. Guck es dir an. Ich auch. Mann, lass einfach nur ein Bein. Ich komme zu dir. Nein, okay, komm. Wo bist du? Ah, da bist du. Und komm doch. Und komm doch. Warte, du bist so vorbeigevollet. Loi, so hast du mich denn da getroffen? Hab' ich gar nicht. Nein, hab' ich ja nicht. Achso. Hör auf, Peter ist Fels. Loi, da gibt's Wasser? Da gibt's Wasser? Tatsache, Mann. Loi, Peter ist Fels. Ist voll interessant. Ja, Mann. Peter ist Fels. So mitten in der ID's Aufnahme. Peter ist Fels. Hä? Wow. Dead Information. Wo bist du, ey? Was was? Die Map ist geil. Die gefällt mir richtig gut, einfach. Mir gefällt die, tut mir leid, aber Black Ops 3 Maps sind besser als Black Ops 2 Maps. Ja, die gefallen mir natürlich auch an, aber die gefällt mir bis jetzt fast schon am besten. Oh ja, haben wir geil, die geht's gut. Weil die so schön grün ist auch teilweise, ne? So schön Natur. Ja, ich find die schön. Ah, wo bist du denn? Da. Wie hab ich das gemacht? So? Ich hab einfach, einfach geschlagen. What the fuck? Das war mein Boxkampf unter Wasser. Kann doch nicht sein, ey. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich dich aber. Das ist ja schön für dich. Er war ausbrecken. Wieso lachst du so? Jetzt schon wieder. Hinter dir. Komm her! Glosskopf, komm. Oh, da kann man gar nicht. Oh, what the fuck. Oh, die war schon wieder die ganze Zeit. Oh, Gott. Oh, meine Fresse. Oh, Mann. Alter, du kriegst nicht noch einen dritten Punkt, du Arsch. Sinn, doch, Mann. Nein. Wahrscheinlich, jetzt hab ich dich verloren. What? Aua. So, hast du halt die Fresse bekommen. Ja, das tut weh, ne? Was? Ja, das tut weh, ne? Ja, nein. Ja, das tut weh, ne? Ey, du hast so gesagt, du kriegst nicht noch einen dritten Punkt. Ich hab schon drei Punkte. Ich brauch keinen dritten mehr. Aber trotzdem danke fürs Angebot. Oh, Mann, ist das schlecht. Wo bist du denn, ey? Der Reiniger, der Reiniger ist bereit. Ist schon lustig. Das ist schon lustig genug. Ja, Mann. Ey, wo bist du? Okay, ich hör Wasser, das heißt, du bist wieder am Wasser. Oh, Mann. Ey, da kriegst du ja gleich ein Happy Palappy, ey. Ui. Loll. Komm, was bist du denn? Ah! Oh, komm her, ihr. Komm her, ihr. Komm her, ihr. Hä? Loll. Nein, man muss nicht mal vorbei holen. Ich hatte mich einfach mal, dass ich's sehen. Das ist voll geil, Mann. Nein! Was denn? Nein! Nein! Reiniger bereit! Was benutzt er denn für böse Wörter? Ich bin hinter dir übrigens. Aha! Ich soll grad nachladen! Ich soll grad nachladen! Ich soll grad nachladen! Ich soll grad nachladen! Ich hab mich grad übrigens bei der Jacke ausgezogen. Oh no! Oh no! Oh fuck! Er wurde vier Punkte in der Quatsch! Da bist du! Will ich nicht. Nein! Wo bist du? Das! Nein! Ding Ding Ding! Wie so ne Glocke! Ding Ding Ding! Okay, ich hab verloren. Hui! Okay. Schade! Ah, die Map... Das ist voll schwarz! Vor allem auf der Map finde ich. Die ist echt gut. Die will ich auch gerne mal im Multiplayer spielen. Ja, die haben wir noch nicht im Multiplayer. Weißt du, ich hab dich getroffen, weißt du? Ha! Du! In die Frasche! Ding Ding Ding! Gut! Boah, wirst du aufgedreht! Gut! Mach mal! Hahaha! Boah, wirst du aufgedreht! Was war das denn? Ja, der Sonntag ist nicht immer sehr ruhig! Sonntag? Ja, das kommt Sonntag rein! Achso, ja! Ja, heute ist nicht Sonntag! Ja, heute ist Sonntag! Ja, heute ist Sonntag! Deswegen war ich grad verwirrt! Gut! Immer einen kurzen Cut und dann geht's sofort weiter! Kurzer Cut! Ja, das ist schon, das geht weiter! Ja! Fick nicht! Ja! Warte mal auf mit deinem scheiß Fuß, ey! Ich penetreite seinen Fuß mit meinem Fuß! Fussporno! Fusspete? Was ist denn los!? Was ist denn los? Was ist denn los, ey? So, knack! Jetzt geht's los! So, knack! Weißt Du das? Hahahaha! Das hat dann geknackt, ey! MAKE IT BREAK! FIRE BREAK! HAHAHA! Es war niemals k Brook. Ach, das .... Chris ein Badошoke! Hey, ich hab mir mein noch keinen Badhhhh 가pper, das faszst du jetzt! Der große weiße Hai. Hey! Was denn? Ach so ist das, he? Leut, wie das auch so einfach? Was ist denn? Der kleine Schwänzer. Das ist er ja. Der kleine Schwänzer. Leut, ja! Das war knapp. Was ist mit dir los, Alter? Weiß ich nicht. Genau das ist es. Du bist total einfach. Ja, wie ich immer. Ja, okay, das ist wahr. So, Schlachtplan. Stirb, Tasse. Schlacht. Oh, scheiße. Hier, du kriegst meinen Fuß. Zack. Eigentlich hast du nur einen Fuß, war? Ne, guck mal, ich hab jetzt zwei, wenn ich renne. Ja, wenn man rutscht, dann auch zwei. Ja, aber wenn man steht und sich dreht, ne? Hm, ich dachte, das sieht man auch irgendwie auf der Map. Leut, da warst du gerade. Was sieht man auch auf der Map? Warst du erschrocken ein bisschen? Hä, willst du mich verarschen? Ich hab mich einfach hingehen. Du hast dich hingekriegt, du Arsch. Ich hab mich nicht hingehen. Oh, meine Kniescheibe. Ey, du bist schon ein Penner. Weißt du, ich würde sowas niemals machen. Ja, willst du Holz machen, Herr Stein. Ja, Mann, bitte. Ey, hör auf, Peter zu schlagen. Denn Peter ist Fels. Ja, wir wissen's, ja. Boah, ist das ekelig. Ui! Ey, renn doch nicht immer weg von mir! Ja gut, dann renne ich auch weg. Nein! Okay, dann... Wo bist du denn? Ja. WÄÄH! Geht doch! Ich hab dich zweimal getroffen! Ich hab dich erst zweimal getroffen. HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Ja, muss doch! Ich hab dich doch zweimal getroffen? Nein! Doch! Das hört ja wohl nicht. Ey, ohne Witz, ey. Schwanz im Mund. Lotte! Oh, da ist er ja. Lotte! Warum ist das da? Waz! Guckst dich an, Alter! Ja, wirklich ohne Spaß das Spiel ist auf deiner Seite, ja man finde ich gut, möge nackt mit dir sein, los, okay, ganz ehrlich, das ist scheiße, Boxcup ist kacke, ey, das ist voll geil, ja nur weil du gewinnst, nein doch so, ey komm, selbst wenn ich gewinnen würde, wäre es geil, Ja, genau das ist es, ja, du Hurensohn, es rennt doch nicht weg, du Laften, oh, hä, ja, ich dachte gerade, ich wollte wieder nachladen, ich dachte, ich dachte gerade, ich wollte wieder nachladen, oh, ein Glück habe ich dich gemacht, Fuß, au, so, da hast du, ey, ist trotzdem geil, und, man, das nervt mich, wir sind schon ein verrücktes Pack, ey, weißt du, sonst immer in, in der Woche, sonst immer so, weißt du, hochprofessionelle, also, nicht hochprofessionell, aber halt, so stille LPs, ja, und dann am Sonntag, äh, Ja, ne, und dann am Sonntag gehts richtig los, ey, und da wird, Was ist mein Verarsch, ich bin ein Hai, don 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 d un, Verbrühe, ey, die hat einfach einen Haie getötet, ja, aber das ist ein Fäust, ne, Stöffhalt! Ey, du Hurensohn, du Hurenhai, du Haios, UIL, ich rutsch so geil in dieses Spiel, das ist einfach so geil, Witzig, fahrsch. Hä? Wieso killst du denn mich? Das macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, dass du mich killst. Natürlich. Hä? Warum soll es denn keinen Sinn machen? Oh, hei. Oh. Los, komm schon. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Ich find's so witzig. Ey, du magst dieses Fuchschuh, ne? Ja, da weiß ich ja schon genau, wo du bist du Kenner. Ach ja, wo denn? Auf den Brücken. What? Okay. Komm, unentschieden. Ne. Du musst kurz Nase kratzen. So, fertig Nase gekratzt. Bist du grad Treppen hochgelaufen? Loll! Doch ist er! Ja! 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 Unentschieden. GG. GG. Gutes Spiel! Gutes Spiel! Unentschieden. Das heißt? Nicht schlecht, das heißt was? Noch ne Runde, oder wat? Eigentlich schon, oder? Oder nicht? Ich weiß es grad nicht. Ne, beim Unentschieden ist es nicht so. Er fällt einfach hoch, er schlägt beierst. Scheiße, beim Unentschieden ist es ja gar nicht so. What? Unentschieden zählt quasi gar nicht. Ja, also noch ne Runde. Ich bin mir nicht sicher. Beim Unentschieden? Warte. Was sagen denn die Dings? Die was? Die, die Stats. Ich glaub ich bin einmal öfter gestorben. Nee. Ich lese für eine erste Runde. Wir sind genau gleich, das heißt es hat nicht mal gezählt. Also es hat schon gezählt. Aber es ist so als wenn keiner einen Punkt gemacht hat. So als ich hab immer noch 1-0 oder wat? Quasi. So gesehen schon. Dann müssen wir doch noch ne Runde machen. Okay, dann müssen wir doch noch ne Runde machen. Alles klar. Also eigentlich können wir ja jetzt auch ohne Aufnahme unterbrechen einfach starten. Eigentlich schon, ja. Warum unterbrechst du dann immer die Aufnahme? Ja, weil das immer so lange dauert. Ist einfach so. Ach wat? Komm, das ist doch witzig. Dann nehmen wir die Leute jetzt zwar live mit. Ja, wow, das machen sie ja auch nicht schon beim Spiel wie viel so drauf sind. Als auch du noch schlimmer bist dann, ey. Nee, dann bin ich besser. Wir müssen ja jetzt so spielen. So was können wir, wir können wir sowas machen, dass man so machen muss oder so. Oder so hinterm Rücken? Ja, meine ich ja. So hinterm Rücken spielen. Können wir ja jetzt machen. Nein, jetzt nicht. Ach so, unfairer Vorteil. Aber ich sag dir, wenn du gewinnst, weiß ich warum du hast zwei Perks mehr als ich. Das ist voll anstrengt für die Arme. Ich merk schon. Also wir haben jetzt den, wir spielen jetzt mit dem Controller am Rücken. Weil es ist jetzt, es könnte jetzt die letzte Runde werden. Ja. Okay. Ist aber nicht gerade anders. Naja, das Rutschen und so, das muss schon ein bisschen koordinierter losgehen. Findest du? Naja, mit den Rutschen, dann muss halt mein Tisch an den Heft. Also fuck, warum bewege ich meinen Controller? Oh, die Arme. Ist voll anstrengend. Nase kratzen. Weiter rennen. Zuschlagen. Davon kriegt man Armmuskeln, glaub ich ey. Naja, man. Neu. Wo kommt der Schatten? Aber es war mein Schatten. Neu. Uiuiui. Okay, warte. Das ist nicht so, so leicht. Ne. Hab dich gesehen, ich bin übrigens hinter dir. Damit du schon mal einer einen Punkt bekommt. Ja. Ja klar, da bist du natürlich du. Ja. Ganz im Ernst ey. Ich bin nicht so gut am Boxen wie du anscheinend. Komm. Jedenfalls nicht gegen dich. Jedenfalls nicht gegen dich. Dafür bist du... Ja ja, klar. Aber ein Boxen mag ich ja. In's Vollbauch. Vollbauch in BTM Ups. Bist du viel besser als ich. Oh, Gott sei Dank. Alter. Oh. Also, man darf den Controller wieder normal halten. Wenn man sich aber nicht bewegt dabei. Oh, man muss so ein bisschen... Dann spiel ich halt im Stehen. Du bist schon wieder zu da, glaub ich. Dann geh mal ein bisschen weiter nach hinten, dann kannst du da stehen. Ey, hier war ich noch gar nicht. Was? Lol. Geh auf. Achso, da. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme, keine Sorge. Oh, ich muss wieder stehen bleiben. Oh mein Gott. Alter, ist das anstrengend. Deswegen spiel ich im Stehen. Ist das im Stehen nicht so anstrengend? Na doch. Du kannst dein... Quasi deine Hände an den Hintern halten. Und so runterlassen. Oh, stimmt. Jetzt stehen wir hier beide. Ja, irgendwie. Lol. Oh, warte. Nein. Lol. Lol. Ich dachte, man könnte da rauf. Ah. Jawohl. Oh mein. So, okay. Jetzt geht's wieder. Ich dachte, man könnte da auf dieses Vordach rauf. Ne, anscheinend nicht. Man kann halt nicht leider überall rauf. Aber es macht ja auch nichts. Trotzdem kann man schon sehr, sehr viel erkunden. Wo bist du? Ah, komm mal da raus. Stimmt ja. Warst du grad da oben? Ich glaub, ich hab dich grad gesehen. Warst du nicht? Doch, kann ja sein, dass du hier bist. Ja, ich bin... Und eine Mord, der ganz in deiner Nähe ist. Du Hurensohn, ich wusste nicht. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Yes. 2-2. Unentschieden, ne? Okay. Ich würde sagen... Yes. Gibt's doch gar nicht. Wenn wirklich so 30 Sekunden sind und man hat ein Unentschieden, dann muss man wirklich den letzten Kampf machen. Und falls man kein Unentschieden hat in den letzten 30 Sekunden, dann sollte man, glaube ich, die Runde so gesehen als Gewinner festlegen. Brauchst du schon wieder hinter mir? Ey, ohne Witz. Ja, der ist hinter mir. Weil noch ein Unentschieden ist ja Quatsch. Ich glaube, das gewinnst sowieso du. Echt, das kann ich echt gar nicht so gut. Das hattest du grad eben auch gedacht und dann hast du Unentschieden rausgewollt. Ich bin einfach zu schlecht dafür. Also ich bin... Ich würde nicht sagen, dass ich gut bin. Aber besser. Ja. Na gerade. Da bist du ja. Da bist du ja. Warte. Keine Ahnung. Ach, bist du schon wieder hinter mir? Hä? Nein, du bist ja nicht. Ach, da bist du. Du kleiner Limmel, du. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du, man. Ja. Du hast ja Reiniger bereit. Ich wünsch wieder nachlassen. Mano. Fünf zu drei. Äh, drei zu fünf kann man auch so sagen. Ah, da bist du ja schon wieder. Yes. Komm. Komm mit mir, bruh. Aua. Ja. Loh. 4-5. Die letzte Minute. Man könnte noch zwei Kids machen. Von daher darf man noch ein Unentschieden rausholen. Noch ist es in Ordnung. Ich hab dich gesehen. Hast du nicht? Doch. Wo bist du? Hä? Vergiss es. Ja. Fuck. Fünf, fünf. Komm, komm, komm. Fünf, fünf? Ja. Loll. Komm schon. Komm schon. Okay. Wo bist du? Hab dich gesehen. Doch, ich hab dich auch gesehen. Scheiße. Ich hab Angst. Ich will mich verlieren. Nein. Nein. Okay, gewonnen. GG. Oh mein Gott. Alter. Okay, gut. Ich würde sagen. Okay, wir können wieder normal spielen. Okay. Ein Unentschieden könnte man zwar noch rausholen. Ja. Unentschieden. Ja. Aber es bringt nichts. Weil es bleibt bei einem Unentschieden für diese Folge. Ich weiß. Aber ich wollte dich verlieren. Also von daher. Ja. Okay, gut. Unentschieden. Ja. Du hast dich einen Freude, ey. Ja, hallo. Voll klug Detectics, Alter. Ich wollte Detectics. Und dabei hab ich sogar noch normal gespielt, ey. Ich auch. Naja, aber du hattest wieder so. Ich hatte ja so. Schon wieder. Und dabei hab ich ja so. Ja, ich hab dann auch so gemacht. Ach so. Okay. Gut. Also ein Unentschieden an dieser Stelle. Für diese Folge. Es soll ja eigentlich ein Bestes erfunden. Von daher bleibt es bei einem Un... Okay, also. Dabei bleibt es bei einem Unentschieden. Also von daher. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Und tschau. Wobei. Warte mal. Die erste Runde hab ich gewonnen. Theoretisch. Die zweite war unentschieden. Die dritte war auch unentschieden. Nein, die dritte, da hab ich ja gesagt. Äh, kurz. Man sollte ja kein Unentschieden machen. Hab ich doch extra sogar erklärt. Dass in den letzten 30 Sekunden. Äh, dass derjenige, der dann halt nur den letzten Kill, sag ich jetzt mal, macht. Bevor es einen Unentschieden gibt. Gewinnt dann halt. Deswegen bleibt es nicht Unentschieden. Ach so, so meinst du das? Ja, so meinst du das. Ah, okay. Gut dann. Ja, tschau. Tschüss. Tschüss.